Ich bin Bernke, bin seit dreieinhalb Jahren in der Firma und bin jetzt seit einem halben Jahr auf der Walzenschleifmaschine angewendet. Während der Verarbeitung verlieren die Walzen eher eine Qualität. Wir arbeiten die Walzen wieder auf, dass wieder die richtige Wahrheit oder Palligkeit von drei bis acht Mill maximal haben. Mir gefällt, dass man zwischen den Maschinen und Anlagen wechseln kann. Da wird's nie fahren. Föster Alpine – One Step A Hand